Happy Birthday GSO! 20 Jahre, was eine lange Zeit. Toll, dass es euch schon so lange gibt. Ich habe total von euch profitieren können bei der Leadership Academy und habe wahnsinnig tolle neue Leute kennengelernt, meine Netzwerke erweitern können, erfahren können, was meine Möglichkeiten sind, was meine Stärken und Schwächen sind. Riesen, riesen Angebot, was ihr da habt und hoffe, dass das weiterhin ganz viele Leute nutzen. Und eine Idee für die Zukunft für euch ist, dass möglichst frühzeitig alle Leute, die ins Ausland gehen und forschen wollen, von euch erfahren und möglichst frühzeitig diese Vorteile, die ihr bietet, nutzen können und davon profitieren können. Ich glaube, das ist etwas, wo sich sehr, sehr viele Leute freuen würden, damit sie nicht mehr ganz so einsam im Ausland sitzen und forschen, denn das kann für viele schon durchaus passieren. Alles Gute euch! Keep up the good work!